Bewegung bzw. Training ist ein fester Bestandteil meiner Karriere. Die Vorteile regelmäßiger körperlicher Aktivitäten sind endlos. Aber wussten Sie, dass auch Ihr Darmkriebsrisiko senken kann? Auf einem Marktbefehl zu stehen macht Ihnen vielleicht keinen Spaß, aber können Sie eine kleine Änderung vornehmen, um etwas mehr Bewegung in Ihren Alltag einzubauen? Hier ein paar Tipps meiner Teamkollegen. Was Sie tun, um Ihre tägliche Aktivität zu steigern, spricht Sie davon etwas an? Nehmen Sie sich Zeit, um Ihr Darmkriebsrisiko zu senken und denken Sie daran, Sie können jederzeit mit Ihrem Arzt sprechen, um mehr zu erfahren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017